Und somit können wir dann immer wieder 500 Euro pro Tag mit dieser geheimen Website verdienen. In diesem Video werde ich euch mal eine mega interessante Website vorstellen, die nur die wenigsten Leute kennen. Heute gibt es mal eine absolut geniale Strategie, mit der man es schaffen kann, über 500 Euro durch automatisiert generierte Musik zu verdienen. Das Beste ist, bei dieser Methode hat man keine eigene Arbeit, kann aber trotzdem Geld verdienen. Wie das funktioniert, wirst du ganz genau erfahren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Außerdem kann man das Ganze als kompletter Anfänger ohne Vorerfahrung durchführen. Und ihr wirst einfach nur die Schritte befolgen, die ich in diesem Video zeige. Und dann könnt ihr auch schon mit der Methode durchstarten. Gebär schon mal gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen kostenlosen Videos haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben eine super spannende Website an, mit der man 500 Euro oder sogar mehr pro Tag verdienen kann. Ich würde mal sagen, los geht's direkt mit Schritt Nummer 1. Zuallererst gebe ich euch mal ein Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, wir sehen hier beispielsweise dieses Video, das ist gerade mal 6 Stunden alt und hat schon über 37.000 Klicks. Das ist ein kompletter Kanal, der sich auf diese Methode spezialisiert hat. Der Kanal heißt Helios Deep. Und ja, hier sehen wir, dieser Kanal hat zahlreiche Livestreams, aber auch natürlich zahlreiche Videos zum Thema Musik. Hauptsächlich natürlich zum Thema Entspannungsmusik, Chill-Out-Musik, Relaxing-Music. Zu all solchen Themen macht dieser Kanal eben Videos. Und was wir jetzt einmal anschauen werden, ist die Kanal-Info. Und hier sehen wir, dieser Kanal hat einfach schon unfassbare 115 Millionen Klicks generiert. Das heißt, richtig, richtig viel, über 115 Millionen Leute haben hier diese Videos, diese Musik angehört. Und ja, wie viel man hiermit so verdienen kann und wie ihr das Ganze einfach machen könnt, ohne viele Computerkenntnisse, ohne überhaupt Musik selbst generieren zu können. Das werde ich euch jetzt Schritt für Schritt zeigen. Zuallererst gehen wir mal auf die Plattform Social Blade. Und hier habe ich jetzt einfach mal den Kanalnamen Helios Deep eingegeben. Hier sehen wir ganz genau, wie viel Klicks die so machen und wie viel die so verdienen. Und zwar sehen wir das Ganze hier. Die machen hier pro Monat über 4 Millionen Klicks. Allein in den letzten 30 Tagen 4,7 Millionen und verdienen damit pro Tag, wohlgemerkt, also täglich 574 Euro. Und das ist natürlich eine super, super Sache. Jetzt werden einige sagen, ja okay, dieser Kanal hat aber auch hier, sehen wir schon, über 300.000 Abonnenten. Aber ich werde euch in diesem Video noch eine Methode zeigen, wie ihr auch mit sehr, sehr wenig Abonnenten und ohne überhaupt mit YouTube Geld verdienen zu müssen, mit trotzdem mit der Methode Geld verdienen können. Weil wir kennen es alle, mit YouTube Geld zu verdienen ist gar nicht so leicht, wie viele immer sagen. Und zwar, man muss, wenn man hier einen Kanal eröffnen will, erstmal 1.000 Abonnenten bekommen und dann eben auch 4.000 Stunden Wiedergabezeit haben. Und bis man da erstmal hinkommt, dauert es ein bisschen. Und bei vielen neuen Kanälen ist es dann so, dass die teilweise gar nicht mehr monetarisiert werden. Also so leicht ist es dann nicht, wie viele immer sagen. Aber ich werde euch noch eine geheime Methode verraten, wie ihr auch ohne YouTube trotzdem mit YouTube-Videos Geld verdienen könnt. Klingt jetzt ein bisschen unlogisch, aber es wird auf jeden Fall gleich klar werden. Zuallererst schauen wir uns mal an, wie wir hier solche Musik generieren. Und zwar, zunächst brauchen wir natürlich hier ein Hintergrundbild für unsere Musik. Und dazu gehen wir auf die Plattform Pixabay. Und ja, hier könnt ihr ganz einfach euch ein Bild rausholen. Ich werde es mal hier chill eingeben. Hier zum Beispiel chill out. Und dann sehen wir hier schon ganz viele kostenlose Bilder. Also hier entspannte Bilder vom Strand hier oder hier vom Strand, vom Wasser hier. Das Bild sieht ein bisschen komisch aus, aber hier ganz einfache Bilder, die ihr hier verwenden könnt. Zum Beispiel dieses hier aus Bali, hier mit dem Surfbrett. Das ist doch ganz entspannt. Oder dieses Bild hier. Und ja, viele auch zum Beispiel auf YouTube, die erzählen, ihr müsst euch dann ein künstliches Bild generieren. Das ist alles Schwachsinn, braucht ihr nicht. Ihr könnt hier einfach so ein Bild hier verwenden. Zum Beispiel hier könnt ihr dann einfach raufgehen oder dieser Sonnenuntergang. Ganz entspannt geht ihr rauf. Hier geht ihr dann rauf, klickt auf kostenlosen Download und könnt euch das Bild gratis runterladen. Habt dann schon ein Hintergrundbild für euer Video, für eure Musik und braucht jetzt nur noch die Musik selbst. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar funktioniert das Ganze mit dieser Plattform. Nennt sich Moobert. Habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr hier komplett kostenlos eure Musik erstellen lassen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar ihr klickt hier rauf, generieren sie einen Track. So, hier auf dieser Seite können wir dann eben das Genre für unseren Song auswählen. In diesem Fall werden wir natürlich dann hier Chill Out verwenden. Also hier Chill Out wählen wir aus. Und dann sehen wir hier, hier wird uns dann ein automatisierter Track erstellt, also ein Song erstellt. Zum Thema Chill Out und hier nehmen wir die Minuten aus. Das sind jetzt 45 Minuten, so lange soll es nicht sein. Wir nehmen jetzt einfach mal 5 Minuten als Beispiel. Ihr könnt das natürlich auch länger machen, 10 Minuten, 20 Minuten und so weiter und so fort. Und jetzt können wir hier einfach auf Generate Track klicken und dann wird uns hier automatisiert ein Track generiert. Ihr seht, ich habe das hier teilweise schon mal gemacht. Und ja, hier könnt ihr euch dann den Track komplett kostenlos, nachdem er dann generiert worden ist, runterladen und dann eben ganz einfach verwenden. Aber wenn ihr, sage ich euch direkt auch, ihr könnt das Ganze kostenlos testen, komplett. Ich habe euch den Link dazu natürlich in die Videobeschreibung gepackt. Aber wenn ihr natürlich das Ganze monetär verwenden wollt, also wenn ihr diesen Track verwenden wollt, um Geld zu verdienen, braucht ihr einmal hier die Lizenz. Wie bekommt ihr die? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar gibt es da verschiedene Optionen. Ich übersetze euch das Ganze kurz ins Deutsche, damit das leichter verständlich ist. Und zwar hier in der ersten Option ist das Ganze natürlich komplett kostenlos. Hier habt ihr eben 25 Tracks, die ihr pro Monat generieren könnt. Alles im MP3-Format. Ihr müsst dann aber eben die Namensnennung eben immer beachten. Das heißt, wenn ihr den Track irgendwo teilen wollt, zum Beispiel bei Instagram, bei YouTube, müsst ihr immer Hashtag Mubat in die Videobeschreibung packen. Und dann haben wir hier den Schöpfer. Da könnt ihr also das zweite Level hier, das heißt auf Englisch dann in diesem Fall Creator. Dort haben wir eben die Option, dass wir das Ganze eben in sehr, sehr hoher Qualität haben und eben auch 500 Tracks pro Monat eben verwenden dürfen, beziehungsweise erstellen dürfen. Und hier haben wir jetzt noch die Profi-Variante, die eben für euch relevant wäre, wenn ihr eben das Ganze auf YouTube machen wollt. Und ja, hier könnt ihr auch 500 Tracks eben erstellen und ihr könnt das Ganze eben auch verwenden für monetarisierte Beiträge. Das heißt eben vereinfacht gesagt, ihr dürft hiermit dann auch Geld verdienen. Das müsst ihr jetzt natürlich selbst wissen. Also ich werde euch, wie gesagt, gleich noch Methoden zeigen, wie ihr damit richtig gutes Geld verdienen könnt. Und dieses Profi-Ding kostet auch nur 39 Dollar, also knapp 39 oder 35 Euro, je nachdem wie der Dollar-Euro-Kurs gerade ist pro Monat. Das heißt, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Für die Leute, die richtig extrem lang durchziehen wollen, für die gibt es auch noch das Profi-Paket hier, das Unternehmens-Paket. Das ist aber, denke ich mal, erstmal noch nicht für euch relevant, also wenn überhaupt hier das Profi-Paket. Aber ihr könnt es natürlich alle erstmal komplett kostenlos testen, ob euch diese Methode, ob euch die Musik überhaupt gefällt. Wie gesagt, Link zu dieser Plattform in der Videobeschreibung und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. Und zwar, ihr könnt dann im nächsten Schritt, wenn ihr eure Musik gedownloadet habt, hier einfach ein ganz einfaches Video-Bearbeitungsprogramm verwenden. Zum Beispiel hier als Beispiel diesen Windows Movie Maker oder auch den sogenannten VSDC Video Editor, der ist auch komplett gratis. Den könnt ihr auch verwenden oder bei Apple gibt es ja auch, ich habe jetzt kein Apple-PC, aber da gibt es ja auch komplett kostenlose Videoschnittprogramme, soweit ich weiß. Also ein komplett einfaches Basis-Videoschnittprogramm müsste auch mit der App gehen. Und dann fügt ihr einfach hier das Bild ein, was ich eben und dann in diesem Fall noch Musik hinzufügen. Würde ich jetzt noch meine Musik hier hinzufügen, hätte ich einfach ein Bild und eine Musik zusammengefügt, hätte dann ein neues Video und könnte das dann ganz einfach bei YouTube, bei meinem Channel hochladen. Und zwar geht ihr dann einfach bei euch hier auf YouTube rauf und könnt dann hier das Ganze hochladen. Wichtig natürlich, vorher solltet ihr natürlich euren YouTube-Kanal einmal umbenennen, natürlich zum Thema Entspannungsmusik. Ich würde einfach Chill Music oder Chill Music 2023 oder Relaxing Music, so würde ich das Ganze einfach nennen. Und dann würde ich das Ganze einfach dann hier hochladen. Natürlich noch ein Bild ändern, aber das könnt ihr auch von Pixarbeitern verwenden. Und ja, dann habt ihr hier schon euren ersten Kanal und wie ihr dann damit nochmal richtig gutes Geld verdienen könnt, zeige ich euch jetzt. So, und zwar könnt ihr hier bei eurem Video natürlich einen Titel hinzufügen. In diesem Fall zum Beispiel Chill Music 2023. Relaxing Vibes. Jetzt mal als Beispiel einfach. Und ja, dann jetzt noch was ganz Wichtiges, beziehungsweise ich sehe gerade, ich habe das falsch geschrieben. Ich muss Chill Music hinschreiben, nicht Grill Music. Hier in die Videobeschreibung packe ich jetzt natürlich nochmal einen Link rein. Und mit diesem Link könnte man sogar noch mehr verdienen als mit YouTube selbst. Und zwar könnt ihr das machen mit einer Plattform, die ich euch jetzt nochmal zeigen werde. Und zwar geht ihr dann als nächstes auf diese Plattform hier. Nennt sich Digistore24. Und hier meldet ihr euch dann kostenlos an. Dann geht ihr hier auf den Marktplatz. Das ist eine digitale Verkaufsplattform, also für digitale Produkte. Und dann gebt ihr hier beim Marktplatz einfach mal Neo ein. Und dann sollte schon hier ein sehr, sehr gutes Produkt, was ich auch sehr empfehlen kann, kommen. Und zwar dieses hier. Das sogenannte NeoWake-Programm, beziehungsweise NeoWake-Produkt. Und das hier ist einfach ein Produkt, das hier eben dafür sorgt, dass man eben durch bestimmte Wellen, durch spezielle Hörprogramme eben viel, viel besser schlafen kann. Das ist auch für eine gewisse Meditation, Entspannung, Zufriedenheit, steht hier alle Selbstfindung und so weiter und so fort. Eben sehr, sehr gut geeignet. Und hier könnt ihr eben richtig gutes Geld verdienen, indem ich hier dann einfach auf Jetzt Promoten klicke. Dann bekommt ihr hier einen persönlichen Link, einen sogenannten Affiliate-Link eben freigeschaltet. Und diesen Link könnt ihr dann kopieren und bei euch unter das YouTube-Video packen. Das heißt, ihr geht dann hier eben rauf und fügt dann hier euren Link ein. Jetzt hier, Beispiel, fügt ihr dann hier eben ein euren NeoWake-Link. Fügt ihr dann ein. Du siehst, nicht NeoWake-Link hinschreiben, sondern euren Link. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Ja, und dann macht ihr einfach folgendes. Ihr könnt dann auch noch beispielsweise hier in euer Video einen kleinen Text mit einfügen. Das könnt ihr einfach auch beim Video-Adapter machen und dann einfach da reinschreiben. Ja, check out the link in the description, the NeoWake-Programm. Und ja, sowas könnt ihr dann auch noch machen, auf Deutsch oder auf Englisch, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Und dann habt ihr hier schon ein sehr, sehr gutes Video, eine sehr, sehr gute Entspannungsmusik oder eben Chill-Musik. Habt dann das passende Produkt hier unten verlinkt. Und ihr verdient dann jedes Mal für jede Empfehlung hier über diesen Link. Das können wir uns hier auch bei Digistore ganz genau anschauen. Und zwar hier verdienen wir dann jedes Mal 33 Euro pro Vermittlung über diesen Link. Plus natürlich zusätzlich, falls ihr dann ins YouTube-Partnerprogramm kommt, könnt ihr auch noch mal mit den YouTube-Videos selbst, mit der Werbung etc. Geld verdienen. Also insgesamt kann man damit locker auf teilweise 300, 400, 500 oder sogar 1000 Euro pro Tag kommen. Ja, wieder mal eine absolut geniale Methode zum Online-Geld verdienen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch. Und klickt auch gerne auf den Link in der Videobeschreibung auf teamleon.de. Dann kommst du direkt auf diese Seite und hier gibt es noch mal über 85 HD-Videos mit insgesamt 11 Stunden Laufzeit, in denen wir dir noch mal alles ganz genau rund ums Thema Online-Geld verdienen, Gewerbeanmelden, Finanzamt steuern, eben alles ganz genau erklären für Anfänger. Und zusätzlich bekommst du hier auch noch mal 20 weitere Wege zum Online-Geld verdienen, mit denen wir schon zwischen 10.000 bis 100.000 Euro verdient haben. Diese Strategien zeigen wir auch gar nicht auf YouTube. Das heißt, wenn du schon begeistert bist von den YouTube-Videos hier, wird dich dieser Kurs hier umhauen. Und das Ganze kann man eben auch am Handy machen und 100%ig anonym. Das Gute ist, das Ganze kann man jetzt auch schon für 0 Euro starten. Das heißt, ihr klickt dann einfach hier auf für 0 Euro starten rauf und dann öffnet sich schon direkt die nächste Seite. Hier seht ihr schon, was alles mit enthalten ist in unserem Programm hier. Und ja, das Ganze wird euch wirklich begeistern. Wie gesagt, über 11 Stunden Laufzeit. Und ja, hier könnt ihr das Ganze eben für 0 Euro testen. Danach habt ihr eben die ersten zwei Monate für gerade einmal 1 Euro und könnt euch dann dementsprechend danach den Kurs quasi selbst refinanzieren. Eine absolut geniale Sache. Wenn ihr hiermit startet, wichtig, schaut auch auf jeden Fall im Spam-Ordner nach, weil das Ganze wird dann per E-Mail zugeschickt. Ihr bekommt dann eben euer Passwort, eure E-Mail dann eben, beziehungsweise an eure E-Mail zugesendet. Ihr könnt euch dann hier gratis bei dem Kurs eben einloggen und könnt dann euch die ganzen Videos anschauen. Außerdem haben wir gerade wieder mit unserer Kopierstrategie einen neuen Rekord aufgestellt und zwar haben wir insgesamt über 3.000 Euro an einem einzigen Tag verdient. Das Ganze funktioniert ja folgendermaßen und zwar, ihr könnt mich einfach kopieren und zwar auf dieser Seite hier. Diese Seite habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr euch dann kostenlos anmelden und dann hier eben meine Trades kopieren. Das heißt, ich habe hier ein Konto und ihr könnt dann einfach einmal auf Autocopy klicken und bekommt dann die genau gleichen Ergebnisse auf eurem Konto gutgeschrieben. Alleine heute kamen wieder über 3.000 Euro an Gewinn für euch Kopierer rein und wenn ihr auch Kopierer werden wollt, klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Hier sehen wir nochmal die Ergebnisse von der gesamten Woche, also über 12.000 Euro verdienen. Das könnt ihr auch alles bei der Plattform ganz genau nachvollziehen. Das heißt, hier klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung, dann hier auf Erste Schritte klicken, dann könnt ihr euch hier kostenlos anmelden und ganz wichtig natürlich, wenn ihr hier starten wollt, müsst ihr einen kleinen Test absolvieren. Wenn ihr Fragen zu dem Test habt und allgemein hier starten wollt, schaut euch einfach das Video an, was ich jetzt hier oben rechts verlinken werde oder hier in der Mitte einblenden werde. Dann klickt darauf, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und ciao!